Lädt dein Spiel schon? Ja. Ah, du hast es geschafft. Schnell, komm her, damit wir die Leute begrüßen können. Kann ich nicht, ich bin noch nicht da. Ach so, okay. Geh zurück, geh zurück. Jetzt hast du meine Holzstachelpfeile kaputt gemacht. Toll, Jasmin, alles deine Schuld. Ich habe nur noch 49, jetzt... Warte, warte. Manchmal stimmt bei dir im Gehirn auch was nicht, ey. Geistig bist du auch nicht auf der Höhe, ne? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Scherzen. Du bist so dämlich. Ja! Sowas selten Dummes gesehen wie dich. Dummes Trumpf. So, was wollen wir denn machen? Wollen wir einmal ein bisschen looten gehen? Punkte sammeln? Oder wollen wir hier puddeln? Oder... Mit dir rede ich nicht. Hallo, habe ich was getan? Du tust ja gerade so, als wäre ich dir irgendwie, äh... ungerecht gegenüber gewesen. So, das kommt darin. Pilze... Toffeln... Toffeln... Blob... Blobären... Blobären... Ähm... Regenplänen muss ich mal mal doch jucken gucken. Die Juden-Blobären. Ich bin echt am überlegen, ob ich hier in der Kläranlage mal reingucken gehe. Wir haben da so ein Riesengebäude direkt nebenan. Aber es heißt, sehr starkes Zombie aufkommen, ne? Das ist halt die Frage. Rein oder nicht rein? Das ist hier die Frage, Jasmin. Jasmin? Redest du nicht mehr mit mir? Ich habe gerade was überlegt. Hat es mich und Gift, äh, irgendwie implementiert? Ja. Äh, ich würde es lieber nicht wissen. Ich möchte meine letzte Mahlzeit genießen. Genieße sie. Wird deine letzte sein. So, jetzt wollte ich mal eben... Hier, wie war das hier jetzt? Äh, äh, äh... Äh... Ja, es fehlt immer noch an guten Werkzeug, ne? Dafür müssen wir... Ernte... Helfer... Gerätbuch lesen. Wie hießen das? Äh... Erntewerkzeuge. Das will ich doch gar nicht. Was denn? Ich will was versuchen, aber ich glaube, das wird nichts. Kannst du deinen, äh, Versuch erläutern? In Form eines vierseitigen Referates? Nö. Ich möchte ein schräges Geländer machen. Ah. War so schräg, okay, aber es geht nicht. Ähm, nee, du musst ne... Dafür musst du ne Treppe bauen, die direkt mit dem Geländer, äh, verbunden ist. Das ist eins. Treppe und Geländer. Was ist denn das? Wieso sind das ein Käfig? Auch aber keine Treppe. Ach, das ist hier so ein Stromgedöns, ne? Hallo! Komm doch mal raus, damit ich mir das in Ruhe angucken kann. Hihi! Oh. Ja. Das ging nicht auf. Äh, okay. Gut, hier gibt's nichts zu finden, aber vielleicht elektrische Komponenten später. Warte mal, da waren wir ja schon drin, oder? Ist das nicht das, wo ich mit den Geiern so ne Probleme hatte? I can die Company. So, no parking. Toe away area. So. Ich kann kein Spanisch. Wollen wir nochmal kicken? So, ich wollte ja das hier einmal weghauen, siehst du? Das ist bestimmt ein ganz hartes Pflaster, wo ich hier bin, Jasmin. Sollte man bestimmt nicht alleine reingehen. Hm. Sollte man bestimmt nicht so schlecht ausgestattet reingehen, wie ich es bin. Hm. Hm. Hier ist ein Gabelstapler. Okay, die Tür ist erstmal zu. Die ist auch zu. Da muss ich das Tür mal ausschließen, ne? Hat er das genommen? Ja, verdammt. So, Jasmin. Viertel vor zehn. Hm, hä? Gucken, was die Post gebracht hat. Nur ein paar leere Zettel. Viertel vor zehn? Ja. Bei mir ist 20 vor acht. Äh, neun. So stand es hier auf der Uhr. 1, 2, 3. Jetzt mach ich denen auch noch die Tür auf. Kommen die da durch? Oh. Hä? 1. Hat ihn nicht großartig interessiert? Ja, das Nervensystem des Menschen ist auch schon irgendwie unerklärlich, ne? Ich schieße ihn in die Schulter und er hinkt am Bein. Hm. Also ist das nun mal. So, Kaffee. Da haben wir doch bestimmt ein bisschen Wasser. Ein bisschen Müll. Oh. 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 Ah, hier sind nur Sachen für dich. Kochbücher. Wie man super Mais-Samen herstellt. Äh. Ja? Äh. Ja? Was ist jetzt los? Was denn? Äh. Was? Ja, Zombies. Ah. Ja. Bei mir auch. Und meine Rüstung ist schwach. Ich muss mich mal einmal umschlüppern. Wo haut denn hier einer gegen? Dumm oder was? Das machen wir einmal schick. Dann brennst du da unten? Na, den können wir noch vorher reparieren. Und den können wir später verkaufen. Ja, mach das doch kaputt. Ach, das ist nur hier Spielsound gewesen. Bei mir nicht. Ne, ich hatte gerade so eine Melodie. So wie so ein Brumm. Und ich habe gedacht, du fährst ein Auto. So. Oh. Kleidekabine. Äh. Ja. Genau. Komm mal alle her, ihr Affen, ey. Oh. Er ist draußen. Er kommt rein. Kommen jetzt hier mehrere rein. Alter. Was wollen die jetzt hier? Die machen da schon wieder. Die wollen in das Tor rein. Schon wieder? Ja. Aber du hast doch da... Meinst du, das hängt mit dem Loch im... Ja. Dann müssen wir das vielleicht zubauen. Dass sie deswegen im Loch im Boden da als Zugang sehen. Ja. Ich denke. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann es nicht. Schau in meine Augen und entschaue in mein Gesicht. Oh. Ich bin Amor. Ein Pfeil ins Herz für die Liebe. Oh. Oh. Äh. Genau. So. Will jetzt hier noch einer was oder was? Ja, ich hätte gern Honig. Noch bin ich nicht infiziert, aber ich bin optimistisch, dass ich das noch hinkriege. Mann, ey. Mhm. Euer Glück, dass ihr abhaut. Hier sind gar keine Gegner drin, du. Ich nehm's zurück. Hier sind Hunde. Hunde. Also wie ich schon sagte. Keine Gegner. Und Hunde. Auf den kann ich nicht schießen und da komme ich nicht. Ich kann mich auch rüber bauen. Tadadadam. Oh. Ein Reparatur-Kit. Herrlich. So. So. Hol das Stöckchen. Ja. Und jetzt bring zurück. Bring wieder her. Doofer Hund. Alter. Was wollen die denn? Also Stöckchen bringen will er auf jeden Fall nicht. Das hab ich gemerkt. Da kommen auf jeden Fall nochmal Fallen vor hier. eigentlich bin ich vor dem sicher, oder? Ich mein der da unten, ich hier oben. So. Oh, brauchst du ein Basecap? Nee. Oh, das hab ich nur für dich gebastelt. Ich hab mir Loot weg geschossen. Ich. Okay. Ich bin, äh, inkompetent. Ich wollte gerade impotent sagen. Ja. Ich bin impotent. Mei, oh mei. Der sieht doch aus wie ein Igel jetzt. So. Aber wer war ein Buch mit dem? Was ist das? Wie ist mein Spielshaus so leise? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, J. Oh, Gott. Ja, Patrick? Oh, 50 mal Muniziellen. Nix, ich hab nur Angst gehabt. Oh. Oh. He, he. Feiner Hund. Oh, das geht nicht. Die Torform haut nie gegen den Baum. Ich spiel mit den Hunden. Wo ist das Stöckchen? Wo ist das Stöckchen? Oh, mein Bogen ist kaputt. Ja, kleinen Moment. Alter. Äh, nehme ich das Gammelfleisch von den Hunden mit? Was wollen wir mit so viel Gammelfleisch? Ich bete. Ah, und die haben ja noch Leder und Tierfett und Knochen. Ist schon okay. Ist ganz schön dunkel hier. Alter. Bin ich zu doof, die jetzt hier zu treffen, sag mal? Mecker nicht so viel. Hey, ich schieße die ganze Zeit die ganzen Pfeile daneben. Ja, äh, fühle ich. Ja, ich bin da nicht du. Ja, das fühle ich auch. Mhm. Ein bisschen muss ich hier höher kommen. Oh, ja. Schleichschaden-Bonus. Ich gehe davon aus, dich hatte ich vorher nicht gesehen. Nein. Aber dich habe ich gesehen. Oh Gott, hier sind aber viele Fliegen in dem Raum. Er liegt bestimmt an dem alten Chamway-Sandwich und dem guten Fleisch, was da im Schrank lag. Gib mir, was ich haben will. Das war's nicht. Ja, hier kommen wir nicht durch. Hm. Da ist halt so ein Lager, ne? Also, wenn du hier, äh, Papier haben willst, dann... Fuck. Nix. Aua. Ich blute. Brot. Das Karma. Ich muss ja erst mal die Flucht ergreifen. Weil dafür... Oh nein, ich bin sogar wieder minimal infiziert. Ja, Karma, Baby. Karma. Ey, hör auf zu schießen. Ja, ich hänge hier fest. Ich komme hier nicht weg. Ich würde sagen, das ist das Karma von meinem Stachelfall. Nein! Ich habe es nicht mehr geschafft, mir den Verband umzuhängen. Ich hänge da in der Ecke fest. Ich konnte mich nicht bewegen. Oh. Du Armer. Ja! Ja! Oh nein! Ja, Pech. Hat er nicht mehr nachgeladen, ne? Ach, Kacke. Na gut. Ich hole mir mal meinen Rucksack zurück. Ne, ich habe mir extra noch schnell einen Verband umgeschmissen. Aber dann hing ich in dieser Ecke da fest. Der war am Nachladen. Und ich habe die ganze Zeit von diesen orangenen Augen ins Gesicht gekriegt. Also so richtig ins Gesicht. Der hat mich einfach geslappt, Jasmin. Ohne Vorwarnung. Wir haben ja einmal außenrum dödeln hier. Wie bin ich da hingekommen? Ah, ich habe wieder Besuch. Ist der respawned oder war ich hier noch gar nicht drinne? Da war ich noch nicht drinne, ne? Ich bin hier... Ja! So, dann will ich nicht mehr Stress anfangen, als ich sowieso schon habe. Keiner mehr da? Hallo! Hallo! Versuche ich das nochmal da hinzukommen? Eigentlich bin ich absolut beladen. Was ist das denn? Äh, Tools, Digis. Lerne von dem Besten der Branche, wie man eigene Werkzeuge fertigt. Verbessere die Fertigkeiten zum Fertigen von Erntewerkzeugen. Geil! Das brauche ich. Vielleicht draußen nochmal eine Kiste machen, damit ich hier nicht so vollbepackt bin. So. Unsere Base ist auf der Seite. Ich glaube, wenn ich hier die Kiste draußen platzieren würde, dann wäre mir gut geholfen. Da würde, denke ich, mal keiner hinkommen. Oder eine Truhe. Gut. Äh, erstmal alles rüber. Und dann kommt zurück das. Das. Vorsichtshalber. Okay, ich gehe mal reingucken. Ich bin jetzt auch viel schneller und agiler. Agiler hielt man. Oh. Zwei Kleber. So. Die locken wir wieder mit. Alter, er schießt da schon wieder rum. Der kommt da rüber. Au. Nein. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verband, Verband, Verband. Ey, jetzt habe ich das schon wieder. Viel schlimmer. Ich bin sogar schon wieder infiziert. Das kann doch nicht. Hehehe, das hast du dir gedacht. Okay, ich glaube, ich bin hier. Oh Gott. Wieso habe ich denn das wieder provoziert? Weil du einfach gut bist. Es ist mir nicht, ich habe zu tun. Ja, ich auch. Das, nein. Nicht dein Ernst. Okay. Jetzt muss aber jeder hier sitzen, ne? Scheiße. Er hat mich runtergeschubst. Oh kacke. Oh kacke. Hast du irgendwelche Probleme vor? Ja, ich habe Probleme. Ich bin gleich tot. Ich weiß. Oh, alle denken, warum läuft hier jetzt so schön. Nein, 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 nein. Oh Gott, Yasmin, ich bin hier gerade im Panikmodus. Ja. Keine Ausdauer. Ja. Ich kann es eigentlich schon aufgeben. Und er schießt trotzdem. Ich konnte nicht springen. Ich kann einfach nicht springen. Ich bin gleich wieder tot. Das ist ein Witz. Ich habe keinen Verband mehr. Ah. Irgendein bekloppt, da schießt er die ganze Zeit. Was ein Idiot? Der lockt doch alles an. Ja. Hauptsache weg von mir. Mann, 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 Mann. Ey, das wird so eine knappe Kiste. Was war denn eigentlich dein Plan, Patrick? Ähm, ich wollte mich auf dem Regal verstecken. Oder beziehungsweise... Nee, allgemein. Was war allgemein gerade dein Plan? Da ist viel aufkommen. Das heißt, da muss es guten Loot geben. Ach. Und ich dachte, ich lock die einfach zu mir. Wieso komme ich da nicht rüber? Äh, und dann verkrieche ich mich hier wieder auf dem Regal, weil jetzt bin ich ja schnell. Äh, aber auch erst, nachdem ich gemerkt habe, dass ich die nicht aussperren konnte. Und irgendwie hat das aber nicht funktioniert, weil die kamen auch auf dieses Regal, obwohl ich meine Brücke abgebaut habe. Denn so viel Abstand haben die Regale scheinbar gar nicht. Weil selbst ich kam da rüber. Also ich gebe zu, ich habe mich vielleicht ein wenig verkalkuliert. Mal wieder. Naja, ich meine, das kann auch dem Besten passieren, hä? Mh, mh. Jetzt, äh, malen wir mal nicht den schwarzen Peter an der Wand. Heißt du, dass ich den Teufel? Ja. Ich habe hier so eine Pest-Spoiler. Der ging jetzt besser, als ich dachte. Welche Augenpfarr warst du? Mh, nicht die, die ich haben will. Zumindest habe ich zu Hause noch Honig. Ist er runtergefallen? Ey, wie er das Metall mit zwei Schlägen kaputt haut. Er war wieder ein bisschen voreilig. Ich auch. Mal, der reinste Katz und Bauspiel hier. Der hält was aus, das ist der Wahnsinn. Ein Glück ist er hier dumm. Welchen hast du, nur mit dem blauen Hemd oder was? Ne, mit Bauhelm. Achso, die mit dem blauen Hemd, die halten auch viel aus. Ja, mit orangenen Augen sind die Handwerker auch nicht zu verachten. Boah, das war der letzte. Ey, war das ein Krampf. Pass auf, ich geh jetzt wieder um die Ecke. Alles respawnt, die ganzen Zombies. Ja, okay. Bis jetzt ist hier ruhig. Wo ist hier der krasse Loot? Das ist alles? Da haben sich die Strapazen und dass ich fast einmal gestorben wäre, ja richtig gelohnt. Du bist gestorben. Du bist fast einmal gestorben. Du bist fast zweimal gestorben. Du bist fast zweimal gestorben. Lasminu hast keine Beweise. Du warst ja nicht dabei. Ne. Ich hab... Glaube meinen Worten, nicht meinen Taten. Handyland. 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 Oh, hier ist so eine richtig große Truhe auch noch. äh, Scrapping oh, Jasmin 92 9mm Patronen, 10 Schrotflinten Patronen und 109 Patronenhülsen und ein Handwickel für den an dich wurde da auch gedacht, ne? du kriegst den Handwickel mhm ein bisschen mehr Euphorie, ja Begeisterung hört sich aber anders an ja, ich baue hier gerade alles wieder ab was du gebaut hast? nein, dein Käfig warum? weil ich den weg haben will der ist genial der hat uns beim Blutmond, hat der uns richtig voll hat der uns geholfen ja, ja, ich bin der gleiche Meinung nein, aber voll hat der uns geholfen ich, ich bin der gleichen Meinung ich wurde so kritisiert für den Blutmond aber ja die Jünger haben sich von mich ab, äh, von mir abgewendet keiner wollte meine Predigten hören ich war in der Kirche ganz alleine Kirche vielleicht gibt es an dem Wort Kirche Kirche ich bin halt ein Bischöf ein Bischopf so, jetzt haben wir nur noch die Halle da hinten kann ich den Kram eigentlich hier auch nochmal rüber schmeißen weil wer weiß, was mir passiert, ne? äh, höchstwahrscheinlich nix wir kennen nicht, aber oh, ich hab kaum noch Leben hm macht schon Sinn sch Genau. Got you. Oh, ich habe vielleicht ein wenig Krach gemacht. Aber er sieht normal, also, na gut, was heißt normal, aber er sieht, er sieht gut aus. Man muss auch mal Komplimente machen. Du bist ein hübscher Boy. So, wir sind übrigens in der Zukunft, ne? Hier ist ein Kalender mit 2034. Mal gucken, wann habe ich denn Geburtstag? Auf einen Samstag. Hm. 2034 habe ich auf einen Samstag. Kleinen Moment. Äh. Soll ich das jetzt nachgucken, oder was? Das ist Quatsch. Wer würde denn... 1, 2, 3, 34... Ey, das stimmt sogar. Hm. Wie krass ist das denn? Du hast übrigens auf dem Freitag Geburtstag. Hm. Cool. Und Tina hat auch auf dem Samstag. Hm. Ja, ja. Cool. Das finde ich schon sexy, dass das so hinhaut mit dem Kalender. Das ist ja mal eine nette Attitüde. Verschlossene Tür. Da geht es noch auf der anderen Seite. Höchstwahrscheinlich über der verschlossenen Türe. Oder hier durch. Lohnt sich der Aufwand? Oh. Nein. 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 Immer wieder gehen die da hin. Was? Hier war offen? Das habe ich nicht gesehen. Also diese komischen Pestpoint-Typen, die haben auch sehr schwere körperliche Leiden. Das tut bestimmt weh und so. Das süfft ja auch in einer Tour. Die sind ja prinzipiell schon angeschlagen. So. Will ich da wirklich runter? Okay, das ist draußen. Will ich hier runter, ist die Frage. Oh, ein Loot-Bag. Oh, Messing. Schön. Auch das ist ja cool. Wie kommt das überhaupt hier runter? Hm. Äh, ich bin hier in irgendwelchen Katakomben. Cool. Oh Gott, deswegen habe ich mich erschrocken. Aber ich will die Katakomben... Katakomben. 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 Ich will die Katakomben noch nicht untersuchen. Bin erst mal weg hier. Ja, da kam Musik und überall kam... Und dann habe ich gesagt, nee, Bruder, brauche das heute nicht. Cool, dann mache ich jetzt einmal meine Kiste leer, dann komme ich einmal nach Hause. Wenn es dir genehm ist. Okay, Bruder. Bruder. Oh, kacke. Wo? Ja, ich kriege nicht alles mit. Das ist egal. Und das könnte ich noch klein machen, weil ich das sowieso... Und der ist ja eh nichts wert. Äh... Ja, den Rest muss ich nachholen, würde ich sagen. Den könnte ich noch. Gut, den Rest muss ich später holen. Au. Das war aber ein Tiefschuss, du. So, dann würde ich sagen, nächste Folge, wir bringen einmal die Sachen zurück. Gehen vielleicht... Ich meine, wir. Du bist allein, ne? Nein, ich meine, ich und die Zuschauer natürlich. So. Äh, bringen nächstes Mal einmal die Sachen zurück. Bauen vielleicht ein bisschen mal an der Basis weiter. Ich muss unbedingt leveln. Ähm. Ja, aber das machen wir alles morgen. Heute ist Feierabend leider. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.